Schmidt geht optimistisch ins Topspielen. Trainer Roger Schmidt will nach dem Topspiel am Sonntag bei Borussia Dortmund nicht ohne Punkte nach Leverkusen zurückkehren. Sicherlich kein Zufall, wenn man in so vielen Pflichtspielen erfolgreich ist und auch alle Spiele verdient für sich entschieden hat. Deshalb wartet natürlich eine wirklich sehr schwierige Aufgabe auf uns am Sonntag. Trotzdem glauben wir natürlich auch, durch Mittwoch auch wieder eine gewisse Sicherheit erlangt zu haben. Und wir fahren natürlich nach Dortmund, um was mitzunehmen. Rode übt sich in Geduld. Mittelfeldspieler Sebastian Rode will trotz seines Reservistendaseins beim FC Bayern positiv bleiben. Geduld sei eine wichtige Charaktereigenschaft, über die er zum Glück verfüge, verriet er der Bild. Im Sommer hatte der 24-Jährige zwar über einen Wechsel nachgedacht, doch der deutsche Rekordmeister hatte dem sofort einen Riegel vorgeschoben. Dies sei ein wichtiges Signal für ihn gewesen, da es ihm zeige, dass er noch gebraucht werde, sagte Rode. Mourinho adelt Hazard. Für Chelsea-Coach Rossi Mourinho gibt es in England keinen besseren Fußballer als Eden Hazard. Baden ist der beste Spieler in diesem Land. Oder spielt in diesem Land. Nicht scoren für drei oder vier Wochen. Das ist nicht der beste Spieler in diesem Land. Er ist der beste. Und der beste wird wieder der beste. Und ich weiß nicht, ob es morgen ist, ob es nächste Woche ist. Aber in einer dieser Tage ist er der Mann des Matches. Untertitelung des NDR 2020 2019 2020